Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Balloon Tower Defense 6. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, gab es sozusagen bei dem normalen Wurfpfeilaffen und bei dem Bumerangaffen ein extrem heftiges End-Upgrade. Und das war dann hier, der irgendwie so ganz viel Plasmabälle geschossen hat und bei dem hier, dass er extrem heftige Rasierklingen geschossen hat. Und ich habe gesehen, es gibt auch jetzt bei einem anderen meiner Lieblingsaffen auch so ein Upgrade und zwar bei den Ninja-Affen. Und ich würde einfach sagen, das schalte ich mir direkt frei, weil ich habe ja eine Million XP und was kann er denn? Der ist ja richtig dunkel. Das komplette Assassinen-Paket, um mit jeder Balloon-Bedrohung fertig zu werden. Ja, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ich muss irgendeine schöne Map finden. Ich könnte die da mal ausprobieren, weil die ist neu. Und ich probiere die jetzt einfach mal auf Mittel oder auf Einfach. Ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal ausprobiert habe. Ich glaube, ich gehe einfach mal bei Mittel rein und mache dann alles, damit ich bei dem Ninja-Affen das letzte Upgrade bekommen kann. Oh, ich bin mit Pandora drin. Die möchte ich natürlich nicht. Hauptseite, ich möchte nämlich mit Benjamin rein. Mit Benjamin, da bekomme ich nämlich mehr Geld. Wo ist er denn? Da ist er. Äh, dich wähle ich. Ja, ja, ja. Mach du mal Broken. Und dann gehen wir Mittel und gehen dann direkt rein in die gute Stube. Kann man denn hier... Okay, die Brücke ist nicht sehr stabil. Da fliegen Fledermäuse. Und ich kann Holz hacken. Interessant. Da, ich kann nicht auf die klicken. Oh, das Auto kann ich entfernen, aber da sind mir jetzt meine 500 Dollar dann doch etwas zu schade. Ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal ganz entspannt an mit einem gratis Wurffeilaffen. Und lasse das Ganze mal laufen. Der geht erstmal auf die ersten und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das wäre ja sinnvoll... Hm, das wäre sinnvoll. Den da auch abzugraden. Am besten auf den mit den Kugeln. Oder? Oder erstmal auf Benjamin zu sparen. So. Benjamin kommt da unten in die Ecke. Dann bekomme ich auch schön Geld. Und dann sollte ich den vielleicht dann doch mal upgraden. Aber jetzt kommen dann doch etwas viele. Oh Gott. Äh. Stopp. Hier unten noch ein Furffeilaffen. Ich möchte keinen Schaden. Nein. Der geht durch... Ah, der geht nicht durch, weil ich habe da unten ja noch einen schönen Haufen, aber trotzdem... Warum... Warum sind die jetzt einfach so durchgeflutscht? Das ist gar nicht so toll. Hier ein bisschen schneller werfen und dann auch ein bisschen stärker werden. Ich glaube, das letzte Mal habe ich wirklich auf einfach gespielt. Weil das ist ja nicht mehr so schön. So. Du kannst jetzt auch noch, äh... Ja. Getarnte Ballons angreifen. Dass das da oben auch angezeigt wird. Ach, ich kann den einstellen, dass der nur Getarnte angreift oder was? Ah. So, du gehst auf... Letzter? Und du... Ja, keine Ahnung. Auf Erster? Ach, dich kreide ich einfach mal da in die Richtung ab. Ich brauche ja eh alle drei. Ach nee, das ist ja gar nicht der richtige Affe. Ups. Ich wollte doch den Ninja-Affen. Ah, Mist. Naja, gut. Gut. Alles mit der Ruhe. Erstmal hier oben ordentlich aufpassen, dass da auch keiner durchgehen kann. Das ist auch interessant, dass man das jetzt einstellen kann, dass der nur Aufgetarnte geht. Gut. Dann würde ich sagen, hole ich mal meinen ersten Ninja-Affen. Soll ich die einfach alle drei hier hinstellen? Wäre eigentlich eine Idee. Dann ist hier mein Ninja. Ich brauche ja sowieso alle drei. Also kann ich auch gleich alle drei kaufen und dann nach und nach upgraden. Ist glaube ich aber nicht so die sinnvollste Strategie. Aber ich mache es trotzdem. So, dich mache ich jetzt erstmal auf das obere, oder? Ah nein, warte. Der muss auf das untere, weil... Das untere macht ja, dass diese Schiffe nicht so weit kommen. Aber es wäre gut, wenn ich den jetzt erstmal auf das hier upgrade, auf diese größeren Bälle, weil wenn dann irgendwann die Bleibloons kommen, oder Metallbloons, wie man das auch immer nennen möchte, wäre das ziemlich blöd. Weil die würden dann einfach durchflutschen. Das möchte ich nicht. So. Und den grade ich noch nicht ab. Aber ich hole mir noch einen dritten. Und der geht dann aufs untere, oder? Wäre doch eigentlich ganz sinnvoll. Und jetzt muss ich doch endlich mal hier ein bisschen mehr Geld machen. Weil sonst kommt gleich das erste Schiff und dann bin ich echt des Todes. Ich könnte natürlich auch eine Bananenplantage machen. Vielleicht ganz sinnvoll. Ah nee, Benjamin ist ja gut für Banken, oder? So war das doch. Muss ich die aber wieder verkaufen. Oh Gott, ich verschwende so viel Geld. Das ist echt nicht so das Sinnvollste. Da war auch schon der erste Bleibloon. Wenn ich das richtig gehört habe. Oh, der ist ja direkt zerplatzt. So. Eine Bananenplantage. So, dann auf die Bank. Was war die Bank nochmal? Muss ich gucken. Aufs untere. Okay. Ich weiß gar nicht, was sich dafür am ehesten lohnt. Ich glaube, es wäre sinnvoll. Nicht ins obere. Bei einer Bank ist glaube ich das mittlere das sinnvollere. Aber das warten wir jetzt erstmal ab. Erstmal den Marktplatz holen. Und dann, so. Jetzt scheffelt er Geld. Und dann, ja doch müsste, weil 25% mehr Geld ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, jetzt macht er 26. So, gut. Die habe ich alle drei. Dich grade ich jetzt gleich ab. Oh nein, das ist gar nicht die Bank, oder? Das war gar nicht die Bank. Die Bank ist in der Mitte. Oder? Die Bank ist in der Mitte. Oh, ich bin doch so doof. So, aber jetzt habe ich eine Bank. Und jetzt ist es auch hier geboostet. Und dann wäre es aber doch sinnvoller oben ins obere rein. Oder bringt das was? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal. Können wir ja dann schön ableben. Wenn es denn dann soweit ist. Nein! Och, komm schon. Also diese Runde ist echt verflucht. So. Jetzt brauchen wir Geld. Zurück. Machen wir den da auf zurück. Und den da dann aufs obere, oder? Eigentlich am sinnvollsten. Noch eine Bank, oder sollen wir lieber die da upgraden? Können wir gar nicht. Doch, den da könnten wir upgraden. Oder, ja, und das da. Schön. Jetzt sehen die auch cool aus. Nur, ja, wirklich stark. Eine starke Verteidigung habe ich noch nicht. Ich könnte natürlich auch ein kleines Areal mit denen hier aufbauen. So ganz am Ende. Dann hätte ich nämlich alle drei Super-Appen. Das wäre schon cool. Ähm. Dann geht der ins obere. Der da ins unterere. Und das war höchste Eisenbahn, dass ich das getan habe. Hui. Weil die sind gerade bis da hingekommen. Und da wäre nichts mehr gewesen. Keine Verteidigungslinie mehr. Ich habe natürlich auch noch kein Affendorf, kein gar nichts. 20 Minuten später. So. Den ersten Super-Affen. Also den letzten. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt sollte alles doch deutlich entspannter gehen, oder? Warum sind die jetzt teurer? Das war doch vorhin günstiger, oder? 7.500 und jetzt kostet es 8.000. Habe ich da was verpasst? Ich mache auf jeden Fall noch eine Bank hin. Aber ich höre gerade was. Nämlich die... Ach. Ich bin erstens fertig. Und, äh, gehe ins freie Spiel. Ja, ja. Ich höre gerade, meine Spülmaschine ist fertig. Also, lass das mal kurz laufen. Ich komme gleich wieder. So, Hallöchen. Da bin ich wieder zurück. So, was macht denn Benjamin eigentlich? Da wollte ich jetzt mal nachgucken. Der macht doch irgendwas mit den Banken hier. Hier. Alle Banken bringen 5% mehr Einnahmen. Alle Banken bringen 12% mehr Einnahmen, oder, äh, ja, mehr erhöht. Ja, das klingt doch sehr schön. Ist das... Das ist schon eine Affenbank, ja. Dann ist das doch eigentlich ganz in Ordnung. Gut, dann warten wir jetzt einfach mal ab, bis wir da genug Geld zusammen haben. So, jetzt habe ich genug Geld gleich für den einen und den anderen könnte ich sogar... Oh. Ja, das hole ich mir doch einfach mal ab. Und dann hole ich mir beide Super-Upgrades. Und ich könnte jetzt einen schon komplett upgraden mit 600.000. Ups. Äh, das ist etwas sehr viel. Das habe ich nicht erwartet. Mit 600.000. Heftig. Bum. Ja. Ich glaube, da brauche ich noch ein paar mehr Banken, oder? 600.000. Ai, ai, ai. Das hätte ich doch niemals zusammenbekommen. Wahrscheinlich ist das aber... Eigentlich könnte das noch günstiger sein. Aber auch nur, wenn ich ihn einfach spiele. Jetzt mal hier. Jetzt mal upgraden. Und nochmal. Jetzt sind die noch ein bisschen stärker, glaube ich. Und ich bräuchte hier vielleicht noch einen stärkeren. Oder den da stärker? Oder den? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was ich tun soll. Und jetzt haben wir es gleich. Ja, würde ich mal sagen... Sind wir gleich tot, oder? Alle Fähigkeiten aktivieren. Ich habe es überlebt. Heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. 3.000. Ja, was bringt mir 3.000? Gar nichts. Die Runden schaffe ich doch nie im Leben. Hier, das hier abholen. Und dann den da. Ja, wäre schon ganz sinnvoll. 35.000, 60.000. Das werde ich doch nie im Leben zusammenbekommen. Und wenn der Glieder an der Fleisch kommt... ...wie sowieso alles vorbei. Guck mal, die rasen da einfach durch. Ich habe es überlebt. Ich bin bei Runde 100. Wie habe ich das denn überlebt? Und das klappt einfach. Der Lila... Der Lila... 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 Geht echt kaputt. Wie habe ich das denn überlebt? Aber ich habe gerade mal 23.000. 26.000. Ja, aber trotzdem. Ich möchte hier das hier upgraden. Das wäre noch ganz nice. Aber das war es jetzt. Oder? Ja, das war es. Die rasen doch da einfach durch, oder? Guck mal, die schießen da drauf. Wie blöde. Aber ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Die sind einfach viel zu stark. Gut, aber wir lernen jetzt hier raus. Ich könnte die da verkaufen. Aber das bringt doch nie im Leben. 26.000. 26.000. 4.000. 3.000. Jeweils 5.000. Warte mal. Ich mach mal hier Autostart aus. 1, 2, 3, 4. Also 2... Die 5.000. Also haben wir hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ja gut, haben wir verloren. Aber ich hätte vielleicht 90, 200.000 zusammenbekommen, wenn ich alles verkauft hätte. Vielleicht so im Maximalen. Und ich hatte 30.000. Also sprich, ich wäre nie im Leben auf die 600.000 gekommen. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal eine Runde machen. Das ist jetzt echt deprimierend. Schade. Schade Schokolade. Aber die Runde hätte ich sowieso nicht gewonnen. Gut, dann haut jetzt aber erstmal rein. Habt noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Und dann hoffe ich doch, dass ich das dann schaffe. Cheerio! Bis zum nächsten Mal.